Okay, na dann, dass sie auch nicht mal fragen, wer das sein hat. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint sie wegen Hannah und Beck? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh. Ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein, gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Wann wartet er da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sag euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mehr glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Na, sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Sch, klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, scheiße. Ihr müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle. Und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein. Nein. Unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein. Nein. Ich lasse nicht zu, dass ihm noch was passiert. Wie? Noch was? Was meinst du? Äh, Chris. Nicht. Ich wollte. Wir dachten, er hätte Jess getötet. Und er hat mich aufgezogen. Ich habe ihm eine verpasst. Chris! Vielleicht hat er es verdient. Ich hole ihn jetzt. Der geht sonst drauf. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch. Geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Äh, ich hole doch Josh, oder nicht? Nein. Ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Äh, ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir. Ich weiß es. Äh, komm bloß zurück. Uh-la-la. Wir müssen uns beeilen, Mädchen. Wir sehen uns dann. Also, Sie sind der Experte für die Dinger. Was, äh, äh, was muss man da wissen? Sei entweder vorsichtig und tue, was ich tue. Okay, was ich mich dann aber frage, wie wurde der Fluch ausgelöst? Also, wie oft muss ich mit dem Gewehr draufschießen, bis es tot ist? Ja, da könntest du echt lange schießen. Äh, was? Ich kann es damit gar nicht töten? Nein, aber langsamer machen. Und wie tötet man es? Sie mögen kein Feuer. Ich war kein Feuer. Sie fürchten es. Und das können Sie töten, wenn nötig. Ihre Haut ist wie... So wie ein harter Panzer. Scheide, man brennt sie zuerst weg. Ja, die geht. Ja, sehr lecker. Ja, den Weg sind wir auch schon mal gelaufen. Wie sind diese Dinger so? Ich meine, sind sie total unberechenbar? Oder kann man einschätzen, was sie tun? Ja, sie folgen bestimmten Mustern. Wie jedes Tier. Oder Menschen. Na, und wie folgen sie Zeifle? Tja, sie jagen nur bei Nacht. Wieso? Hab ich nicht gefragt. Ja, vermutlich weiß er dunkelisch. Weil sie, denke ich mal, auch kein Licht mögen. Gibt es Profi-Wendigo-Tipps? Wenn ich mich mit Kloblauch einreibe, können sie mich nicht riechen oder sowas? Ja, sie riechen dich trotzdem. Irgendetwas anderes? Sie können dich nicht sehen, wenn du ganz still stehst. Über Kröten. Sie erkennen nur, wenn sich in ihrem Sichtfeld etwas bewegt. Also wenn ich stillstehe, dann bin ich unsichtbar. Ja, ich würde aber nicht empfehlen, es zu probieren. Ja, okay. Ein Tipp, der eigentlich kein Tipp ist. Auch sehr schlau. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Er meint, Josh ist schon tot. Ich weiß nicht so genau. Ja, wie gesagt, wer hat den Kannibalismus ausgelöst? Hat die Hannah vielleicht Beth gegessen? Laufen wir hin? Die kann doch hier noch rein. Oder auch doch nicht. Psst, still. Wir müssen weg. Sofort. Und was ist mit Josh? Wir müssen ihn suchen. Also, der Windigau macht dich zuerst bewegungsunfähig. Und dann schält er dir die Haut von deinem ganzen Körper, Stück für Stück. Dabei lässt er dich leben und zusehen, wie er deine Organe frisst. Einen bisschen nach dem anderen. Jetzt verlaust du gut. Ja, lass uns abhauen. Vielleicht ist er noch hier. Okay, nicht so schnell, Kollege. Du wolltest doch zu zweit gehen. Halt, mich nicht. Oh, no, 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 no. Ganz leise. Das blaue Feld ist immer weiter nach oben, obwohl ich mich nicht bewege. Lauf! Los, los, los! Lieber großen Gott, was ist das? Zurück! Zurück! Gott verdammt! Wir sind zu rechten, Kinder. Wir sind weg hier! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, scheiße! Na super! Unser Experte! Oh, Achtung! Chris! Scheine nach vorne! Ich nur nach hinten! Wow! Scheiße! Komm, schneller! Sind das zwei, oder? Gibt's doch gar nicht. Oder ist er einfach nur so schnell? So, er kommt schon wieder. Okay. Oh Gott sei Dank, bitte lasst mich rein, schnell! Oh mein Gott. Chris! Oh mein Gott, wenn so ist passiert? Hier, wir müssen weg. Das Ding war direkt hinter mir. Los, 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 los! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott!